Aubameyang und der chinesische Transfermarkt, der reichste Spieler der Welt und zwei Deutsche in Uefas Liste der größten Talente. Das sind die Themen des Tages, mein Name ist Flo, los geht's! Pierre-Emerick Aubameyang wird seit Ewigkeiten mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebracht und jetzt meldet sich der angebliche Interessent Guangzhou Evergrande offensichtlich zu Wort und dementiert jegliches Angebot. Und zwar mit diesem wunderschönen Schreiben. Ja, eindeutig, die hatten niemals Interesse, aber wer ist dieser Pirre-Emerick? Aufgrund der Unsummen, die in China für Transfers fließen, meldet sich jetzt auch der chinesische Fußballverband zu Wort und bittet doch, die Transferregeln zu beachten. Die Nachricht über zwei Clubs, die verdächtigt werden, einen Bieterkrieg zu führen, hat Besorgnis hervorgerufen. Wenn im nächsten Schritt der Untersuchung Verstöße festgestellt werden, wird der chinesische Verband dies gemäß den Gesetzen und Vorschriften ernst nehmen. Um lokale Jugendspieler zu fördern und diese horrenden Summen einzudämmen, hatte man bei Transfers ab 6 Millionen Euro eine Zwangsabgabe eingeführt. Und weiter auf dem Transfermarkt, Marc Uth unterschreibt beim FC Schalke 04. Nachdem er seinen Vertrag bei Hoffenheim nicht verlängern wollte, geht er jetzt im Sommer 2018 ablösefrei zu den Knappen. Und der nächste, Liverpool plant wohl Goretzka den Bayern vor der Nase wegzuschnappen. Finde ich ziemlich lustig, ich glaube nicht, dass das passiert, aber falls es passiert, hier habt ihr es zuerst gehört. Disclaimer, bei den nächsten News muss ich ab und zu mal aufs Skript gucken, weil die Namen kann ich mir einfach nicht merken. Wer ist der reichste Spieler der Welt? Messi? Ronaldo? Neymar? Nope, es ist ein Reservespieler von Leicester City. Falk Bolkia ist 19 Jahre alt und Neffe des Sultans. Brunel Hassanal Bolkia und sein Vermögen beläuft sich auf, haltet euch fest, 15 Milliarden Euro. Alter Schwede, da kann sogar Neymar mit seinen 222 Millionen einpacken. Nur um euch mal zu zeigen, wie reich er wirklich ist, sogar der Bruder des Sultans soll angeblich 2300 Autos besitzen. Von Ferraris über Bentleys bis hin zu Rolls Royce ist alles dabei. Was für eine Welt. Und zum Ende noch was Erfreuliches. Die UEFA hat eine Liste mit den 50 größten Talenten des Weltfußballs zusammenstellen lassen und zwei Deutsche und insgesamt acht Bundesliga-Profis schaffen es auf die Liste. Und jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr, welche Deutschen sind dabei? Ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit, um eure Antwort unten in die Kommentare zu schreiben. Es sind Owunda, Jan-Fieter-Arp und Felix Udukay. Was meint ihr, sind sie gerechtfertigt drauf und können sie ihr volles Potenzial ausschöpfen? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Okay. Puh. Oba Mejang und der... Oba Mejang размifeln. Pr Bulgarien Oba Mejang Oba Mejang und der...